In diesem Video geht es um die besten 4K-Fernseher. Der Qualitätssieger in unserem 4K-Fernseher-Test geht an den Philips Ambilight 58 Pius. Mit Philips Ambilight fühlt sich jeder Moment echt an. Intelligente LED, die den Fernseher umranden, reagieren auf die Handlungen auf dem Bildschirm und leuchten so eindrucksvoll, dass es sie fesselt. Unterstützt erstklassigen Dolby-Klang und Dolby-Video-Formate. Das bedeutet, dass die HDR-Inhalte, die Sie sich ansehen, in Bild und Ton besonders real wirken. Gestalten Sie Ihren Philips Android TV nach Ihren Wünschen. Wenn in dieser Woche Amazon und YouTube und nächste Woche Rakuten TV und Netflix im Mittelpunkt stehen, kein Problem. Die Philips P5 Perfect Picture Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Ihr Philips 4K UHD-Fernseher ist mit allen gängigen HDR-Formaten kompatibel, darunter HDR10 Plus und Dolby Vision. Steuern Sie Ihren Philips Android TV mit Ihrer Stimme. Ob Spiele, Netflix oder Inhalte und Apps im Google Play Store sagen Sie es einfach Ihrem Fernseher. Mit DTS Play Fee auf Ihrem Philips Fernseher können Sie in jedem Raum eine Verbindung zu kompatiblen Lautsprechern herstellen. Ihr Philips Fernseher ist bereit, das Beste aus dem HDR10 Plus Video Format herauszuholen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Samsung QLED Q60T. Genießen Sie eine Bildqualität mit 100% Farbvolumen. Der Quantum Prozessor Lite optimiert mit seinem Chip das Kontrastverhältnis und stellt mit HDR ein unglaublich breites Farbspektrum dar. Die von Samsung neu eingesetzte Dual-LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen großen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit den Farbton richtig gut an die TV-Inhalte anpassen. Mit der Quantum Dot-Technologie erleben Sie das beste Bild, das je erschaffen wurde. Die sogenannten Quantum Dots nehmen das Licht auf und verwandeln es in atemberaubende Farben mit 100% Farbvolumen, die unter unterschiedlichsten Lichtsituationen gleichkräftig bleiben. Koordinieren Sie Ihr smartes Zuhause direkt an Ihrem QLED. Durch die Kompatibilität mit der SmartThings-App können Sie Ihre smarten Geräte bequem an Ihrem QLED steuern. Mit den integrierten Sprachassistenten Bixby und Alexa kann Fernsehen ganz einfach sein. Sagen Sie einfach, was Sie möchten und erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen oder Zugang zu Ihren Lieblingsinhalten. Steuern Sie Ihr TV-Gerät und Ihr vernetztes Zuhause mit Ihrer Stimme. Der Preis-Leistung-Sieger in dem 4K-Fernseher-Test ist der Philips 50 Puse 7805. Mit Philips Ambilight fühlt sich jeder Moment echt an. Intelligente LED, die den Fernseher umranden, reagieren auf die Handlungen auf dem Bildschirm und leuchten so eindrucksvoll, dass es sie fesselt. Unterstützt erstklassigen Dolby-Klang und Dolby-Video-Formate. Das bedeutet, dass die HDR-Inhalte, die Sie sich ansehen, in Bild und Ton besonders real wirken. Die Philips P5 Perfect Picture Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Ihr Philips 4K UHD-Fernseher ist mit allen gängigen HDR-Formaten kompatibel, darunter HDR10 Plus und Dolby Vision. Jetzt können Sie Ihren Philips Smart TV per Sprachsteuerung bedienen. SAP HI ist ein schnelles, intuitives Betriebssystem, mit dem die Verwendung Ihres Philips Smart TV ein ganz besonderes Erlebnis wird. Mit einem Philips HDR10 Plus Fernseher ist die Bildqualität sogar noch intensiver und naturgetreuer. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.